hey herzlich willkommen zu einem neuen video hier vom YouTube-Kanal Cedric Pfeiffer und ja ich zog heute Fortnite mal wieder. Ja morgen habe ich leider wieder Schule. So wie immer. Nur leider auch sportfest. Und ja ich würde sagen wir landen jetzt einfach hier bei Blässen Park. Lasst übrigens einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann seid ihr halt auch ein Teil der Cedric Army die ich jetzt halt neu eingeführt habe. Es gibt dafür doch leider kein Clan. Ich weiß jetzt noch nicht wie man das stellt. Also er stellt relativ schnuppe. Ja moin. Es sah gerade so aus als wird die Banane mit einem anderen Skin zusammen geflogen. Also ineinander geflogen. Ey nein 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 nein. Boah ein ehrenloser Finisher. Egal. Ah fuck. Und Leute falls ihr es noch nicht gewusst habt. Ich bin jetzt zusammen. Ja mit einer Freundin aus meiner Klasse. Und ja. Dann machen wir jetzt eben mal weiter mit dem Video. Easy peasy squeezy. Ja moin Alter. Ach ja ähm schreibt mal eure Meinung über ein Sportfest in der Schule. Schreibt es mal unbedingt rein Alter. Ich mag halt kein Sportfest. Jaa morin Baby. Ich würd mal sagen wir nehmen einfach mal für die Karten. Oh ne gar kein Skibull doch. Ich würd mal sagen wir nehmen einfach mal für die Karten. Oh ne gar kein Skibull doch. Das ist so kalt und kalt. Alles auch voll so kalt wieder. Obwohl kommt das mal alles ähm auf drei Polz machen. Obwohl ich glaub ihr könnt was hören. Weil meine Lautstätte ist jetzt auf 10. Und wie gehört. Ich hab jetzt schon den Konga. Ja ich spiel jetzt einfach mal Kopenkeile. Nein ich war's. Ich bin nicht Kopenkeile. Sondern ich versuche zu jetzt mal im Tipp Leute mit Hallo Freunde zu kriegen. Aber dafür nutzen wir nicht diesen Skibull. Oder wir nutzen ähm den hier. Wie lange dauert es jetzt noch? 41 Tage. Lecker. Ich weiß nicht was ihr seht. Keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr das auch morgen wenn das Sportfest kommt. Da kommt mal wieviel haben wir. 18, 17 haben wir jetzt grad bei mir. Aber bei euch wird's bestimmt schon später sein. Wenn ihr das hier seht. Später oder früher ist mir natürlich Schnuppel. Vielleicht sitze ich auch jetzt. Und Punkt 17, 18. Ach 18, 17. Und ja. So. Das Experiment hab ich schon mal gemacht. Hab ich auch einen gekriegt. Nur leider wollte er dann halt für mich in der Zone sterben. Und wollte sogar dass ich ihn eliminiere. Alle Freunde. Ja und ich würd sagen wir landen in Vita. Und standen da unten zum Experiment. Ja und ich würd sagen wir landen in Vita. Und standen da unten zum Experiment. Ich würd sagen wir mal mitmachen. Ich find das sind die Leute so geil. Ich guck halt auch im Prinzip mal rüber. Hey da rüber sind schon runter. Nein hier ist keine Kiste. Und ich droppte jetzt mal die Waffe. Ich würde sagen wir mal die Waffe. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Und ich würde sagen, ciao Leute.